Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und solltest du irgendwelche Fragen in Bezug zum Englischlernen, englische Grammatik oder dem Texteschreiben im Englischen haben, dann stell sie jetzt unter diesem Video oder einem anderen Video von uns und wir werden daraufhin dein Fragezeichen mit einem Kommentar und oder einem Video beseitigen. Vielen Dank für deine Mithilfe und weiterhin viel Erfolg beim Englischlernen. Vielen Dank.